So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Game Death Story, wo wir nun so langsam mal sicher uns in Richtung Ziel gerade hin bewegen werden, wo wir dann erstmal nochmal versuchen wollen, endlich ein Nummer 1 Spiel zu kreieren, zu entwickeln und ich glaube, ich habe so ungefähr eine Idee, wie wir das machen könnten. Wir machen ein Action-RPG mit Ninjas, das Budget spielt keine Rolle. Dann haben wir jetzt hier sowieso auch noch weitere Punkte. Marktechnisch erhöhen wir das. Okay, Spiel Nummer 74 wird ein Ninja-Action-RPG. Wer soll das Konzept schreiben? Tja, das ist jetzt erstmal die gute Frage aller Fragen. Auf alle Fälle Steven Jobson. Ein Ninja-Spiel? Ich stelle etwas auf die Beine, der es die Welt noch nicht gesehen hat. Okay, das ist auf jeden Fall nicht gerade so optimal. Der Ruhm ist zwar bei 52, aber der Rest funktioniert deshalb jetzt noch nicht so gut, wie es eigentlich sein sollte. Okay, dann werden wir jetzt erstmal noch ein paar weitere Booster einsetzen. Das ist auf jeden Fall erstmal klar, dass das jetzt gemacht werden muss. Und dann sehen wir auf jeden Fall gleich mal weiter. Wir müssen die Kreativität sowieso auch noch ein bisschen weiter boosten. Ansonsten müssen wir nachher auch noch ein bisschen mehr Werbung schalten. Dann hat das Ganze sowieso auch ein bisschen, naja, vom Ruhm her, von der Reichweite her, auch ein bisschen sich weiter steigert. Da wir jetzt ja sowieso auch einigermaßen gute Forschungspunkte ja hatten. Dürfte der Rest jetzt eigentlich ja auch nicht so blöd laufen. Wenn wir dann jetzt sowieso auch noch die Werbung einschalten und die Mondschrift dann noch weiter erhöhen. Haben wir jetzt sowieso ein Wachstum von 60%. Jetzt ja sowieso von 68%. 76%. Okay, ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal so viel, dass wir dann gleich 100% erreicht haben. Okay, ein Zusatz von 100%. Ist doch jetzt in der Shell auch nicht verkehrt. Der Kreativitätswert unseres aktuellen Spiels ist recht hoch. Hm, tja. Wir können natürlich auch noch, auf jeden Fall noch weiter dran arbeiten, den zu erhöhen. Aber jetzt scheinen wir an einem Punkt angekommen zu sein, wo das jetzt nicht sehr viel mehr bringt. Also gut. Charakterdesign. Wie machen wir es jetzt am besten? Tja, Blumen hat anscheinend auch schon beim letzten Spiel die Grafik gemacht, aber darauf können wir zum besten Willen keine Rücksicht nehmen. Denn auch wenn sie so ein paar Arbeiten erledigt hat, so sieht man auf jeden Fall, dass ihre Kreativität ungebrochen sei. Es zeigt für die Global Game Awards. Für die in diesem Jahr veröffentlichten Spiele werden dort eine Reihe von Auszeiten vergeben. Gut, zwei Spiele sind nominiert. Bestes Grafikdesign. Leider die Super Stagio Brothers. Beste Musik. Fantasy Time Online. Gut, das hat funktioniert. Zweiter Platz. Network Overdrive. Auch gut, aber der Mega Flop war Alpha Man. Tja, und jetzt der große Preis. Wie immer gehen wir da leer aus. Wörter Negotiator. Von Sänger. Zwei Trophäen sind natürlich mal wieder gut, aber der Rest ist mal wieder totaler Mist. Besonders jetzt, der sagt sowieso auch mal wieder, okay, wir aktivieren erstmal Dead Bull. Und dann versuchen wir jetzt auf jeden Fall den Sound nochmal wieder hochzuschrauben. Theoretisch müssen wir Produzentin Artemisia vielleicht auch mal entlassen. Wobei irgendwie kommt der jetzt die richtige Arbeit nicht mehr richtig zum Zuge. Tja, jetzt müssen wir erstmal sehen, irgendwie den Sound wieder hochzutreiben. Tja, da muss jetzt erstmal Walt Sidney wieder ran. Das allerdings jetzt der Sound wirklich bei unserem aktuellen möglichen Top-Titel jetzt so schlecht geworden ist. Blumen? Mehr Grafikpunkte. Nein. Ist jetzt leider nicht machbar gewesen. Nein, nicht das Selbsthilfebuch. Wir brauchen noch einen weiteren Soundboost. Naja, aber wenigstens stehen die Leute mal wieder ziemlich gut Schlange. Bloß der Rest, Sound88, ist nicht gut. Der Ruhm ist zwar so, wie wir es haben wollten. Aber der Rest funktioniert wieder nicht. Wir bräuchten jetzt anscheinend wirklich mal wieder... Na toll, unsere 100% sind jetzt irgendwie ein bisschen zu minus 6%. Aber gut, wir haben jetzt, wie gesagt, ein Action-RPG-Spiel mit Ninjas. Nennen wir es dann wiederum Ninjas Storm. Ninjas Storm. Ninjas Storm Ultimate. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal ein Titel, den wir unbedingt hier haben müssen. Ninjas Storm Ultimate. So, ein wenig derb, aber gut. Ab dem ersten Tag ein Klassiker. Ein sicherer Hit. Bestes Spiel des Jahres. 34 Punkte. Ah, das ist jetzt immer noch nicht gut. Das ist jetzt leider immer noch nicht gut. Machen wir dann jetzt erstmal einen Shooter. Mit Robotern wieder. Budget spielt keine Rolle. Run an die Arbeit. Ich hatte zwar jetzt erst gedacht, dass Level 5 Spiele auf jeden Fall vielleicht ein bisschen mehr Werte einbringen können. Aber da habe ich mich wohl ein bisschen überschätzt dabei. Okay, was für eine große Dekompetition. Deine Mitarbeiter sind schon ganz heiß darauf, daran zu arbeiten. Okay, der Room ist jetzt bei 50. Der Hype ist bei 40. Okay, Shooter ist jetzt auf Level 5. So haben wir jetzt so ein paar neue Tricks gelernt. Äh, 4,726 Millionen. Erster Platz. Gut. Jetzt müssen wir wirklich mal dran arbeiten, den Sound weiter hoch zu boosten. So, Roboter sind jetzt auch Level 5 aufgestiegen. Das ist ebenfalls jetzt gut. Und dann hauen wir gleich auf jeden Fall den nächsten Deadpool auch noch mal rein. Okay, der Spaßfaktor ist jetzt auf jeden Fall ziemlich hoch. Dann geben wir jetzt auf jeden Fall unsere Grafik, unserer Designerin Bubbles morgen auf jeden Fall jetzt den Auftrag, die Grafik jetzt hier ein bisschen hochzuschrauben. Was jetzt ja leider auch nicht gerade so gut gepasst hat. Da müssen wir vielleicht auch erstmal sehen, alles andere wieder mal ein bisschen zu erhöhen. Okay, der Sound hat sich jetzt wenigstens ein klitzekleines bisschen wieder erhöht. Entschuldigung, mehr Kreativität. Okay, ich glaube, da müssen wir beim besten nichts mehr machen. Hype ist jetzt bei 60. Wenn wir jetzt, sagt, hier noch den Ruhm ein bisschen erhöhen mit der Werbung. Wo wir jetzt natürlich wieder die weiteren Mondschriften aktivieren. Haben wir jetzt natürlich den Ruhm des nächsten Spiels auf Level 70 gebracht, jetzt auf Level 90. So, jetzt als nächstes hauen wir noch ein paar weitere Grafikpunkte rein. Und gut ist gleich. Rein theoretisch, die nächsten Punkte dürften jetzt eigentlich auch hier gleich bei 100 wieder liegen. Tja, das dürfte jetzt der nächste große Erfolg sein. 140 dann gleich. Gut, die nächsten Leute dürften eigentlich auch gleich Schlange stehen. Und dann sowieso haben wir jetzt, sag mal, knapp 300.000 Gold am Mitarbeitergehälter bezahlt. Gut, dann als nächstes müssen wir aber wirklich mal sehen, dass wir Artemisia vielleicht durch eine bessere Regisseurin ersetzen können. Gut, das nächste Spiel heißt jetzt Robot Defender. So, ein Meisterwerk. Ich wollte heulen vor Freude. Braucht noch das Gewin... gewisse etwas. Die haben gute Arbeit geleistet. 36 Punkte. Gut, jetzt wiederum Mitarbeiter einstellen. Hollywood-Agenten. Okay, Game 3 hat jetzt wieder über Ninja Storm Ultimate berichtet. Sollte nochmal die Verkaufszahlen ankurbeln, aber nicht gerade sehr besonders jetzt. wieder mal der nächste, erste Platz. Ist aber noch nicht so ganz optimal. Ich muss aber jetzt leider zugeben, wir haben jetzt hier keine gute Auswahl mehr. Tja, unsere Auswahl ist jetzt leider nicht gerade sehr gut. Dann müssen wir anscheinend jetzt andere Arbeit machen. Eine andere Arbeit muss jetzt erstmal hier ran. Wir entwickeln jetzt erst einmal... Okay, Artemisia weiter. Dann machen wir dann eben noch eine Mitarbeiterschulung, Artemisia. Dann geben wir erstmal Geld aus, um sie auf eine Reise zu schicken, nach Ägypten. Tja, dann können wir natürlich jetzt auch mal sehen, unsere anderen Mitarbeiter auch ein bisschen zu schulen. Kann ja auch nicht schaden. Je mehr Soundpunkte wir natürlich am Ende haben, umso schneller wird das natürlich auch besser werden, unsere Spiele. So gehe ich jetzt jedenfalls davon aus. Wenn wir erstmal ein paar weitere Werte gut boosten, dürften wir natürlich noch bessere Werke gleich abliefern. Wir geben zwar in der Schlauch wieder sehr viel aus. Aber das muss jetzt auf jeden Fall sein. Gut, so weit, so gut, so weit, so gut. Nächste Entwicklung wäre dann jetzt wiederum ein Kartenspiel, wo wir dann jetzt eigentlich auch Ägypten freigeschaltet haben. Wenn ich das jetzt erstmal dir... Ja, Ägypten. Erhöhen wir davon mal die Attraktivität. Ein ägyptisches Kartenspiel. Dexter an die Arbeit. Eine wirklich interessante Kombi für den Anfang. Gut, 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 gut. Wir sind deshalb jetzt mal wieder bei Rune 50. Die aktuellen Verkäufe von Robot Defender sind bei 11 Millionen etwas. Gut, weitere neue Tricks haben wird durch das Kartenspiel auch erlernt. Wunderbar. Gut, jetzt versuchen wir noch ein bisschen Kreativität reinzuhauen. was natürlich jetzt wieder mit Erfolg gekrönt ist. Nur Grafik und Sound, das bleibt jetzt erstmal hier wieder ein ordentliches Problem. Grafik und Sound bleibt natürlich jetzt hier erstmal noch wieder das große Problem. Und wir haben jetzt nicht genügend Forschungsdaten beisammen. Aber wer weiß, vielleicht langen jetzt erstmal die ersten beiden Spiele um vielleicht einen Award zu gewinnen. Der Hype ist auf jeden Fall jetzt auf 40 angestiegen. Die Soundboost-Arbeit wirkte, sag ich, jetzt leider auch nicht gerade so gut. Nicht zu vergessen, dass es zu irgendeinem Grund die Grafik auch nicht gerade so besonders ist. Wir haben ja immerhin doch jetzt erstmal doch ein bisschen Geld, der Sack doch ausgegeben. Gut, dann schalten wir jetzt eben wieder Werbung. Die Mondschrift muss es beim besten Willen wieder richten. Aber mehr als ein Ruhm von 90 kriegen wir damit auf jeden Fall jetzt nicht hin. Das ist wohl aktuell der Maximalwert, den wir hierbei erreichen können. Und das ist jetzt wirklich ein klitzekleines bisschen schade. Tja, das ist jetzt wirklich ein klitzekleines bisschen schade, dass die Grafik wieder mal... Oh verdammt, wir haben wieder nicht genügend Forschungspunkte. Aber die nächste Game Decks findet jetzt leider auch wieder statt. Dann geben wir da auch erstmal wieder viel Geld aus. Hoffen dann jetzt erstmal, dass wir die 80.000er Marke jetzt knacken können. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar unglaubliche Spiele auf den Markt gebracht. Okay, 84.000, neuer Besucherrekord. Also gut, damit dürften jetzt auf jeden Fall die Verkaufszahlen exorbitant in die Höhe schnellen. Naja, die Verkaufszahlen von Robot Defender gehen natürlich auch nochmal wieder hoch. Und das aktuelle Spiel scheint dann sowieso auch ein Kassenschlager zu werden. Also gut. Über 19 Millionen. Ist aber immer noch nicht das Beste. Ist aber immer noch nicht das Beste. Aber es ist jetzt auf jeden Fall das Yummy TCG. Ein sicherer Hit. Ich habe mich bestens amüsiert. Ich will weiterspielen. Und ein wenig derb, aber gut. Es gibt immer irgendwie diese... Ein paar Meckerköpfe. Na gut. Wenn wir jetzt erstmal hier dabei sind, dann können wir auch erstmal eine Fortsetzung machen. Dann machen wir jetzt erstmal eine Fortsetzung zu... Fantasy Time Online. Da hauen wir noch ein bisschen Geld in die Spielewelt rein. Steven Jobson an die Arbeit. Es ist nicht der beste Anfang wert. Aber auf jeden Fall nicht allzu schlecht. Auf jeden Fall nicht allzu schlecht. Ja, Yummy TCG. Ja, Game 3. Ist quasi jetzt auch schon fast bei uns angestellt. Okay, über 6 Millionen in der ersten Woche. Das ist auch nicht schlecht. Boah, wenn wir jetzt sowieso auch noch... Warte mal. Die Grafik. Gut, gut, gut. Tja, eigentlich ist es ja sowieso nicht Blooms Aufgabe, sich um die Grafik hier zu kümmern. Aber was jetzt hier sein muss, muss nun mal jetzt sein. Okay, in puncto Kreativität haben wir jetzt auch noch was reingeballert. Und jetzt noch weitere Kreativitätspunkte. Aufs Maximum. Zum Glück jetzt wieder noch mehr Erfolg. Und da die Kreativitätspunkte jetzt auch sowieso noch ein Erfolg waren... ...dürfte sich gleich der Hype auch noch ein bisschen steigern. Noch 40. Wenn wir dann jetzt wiederum noch die Werbung schalten... ...mit der Mondschrift... ...und sie dann gleich sowieso auch noch auf 92 bringen... ...wann das werden wir ja sicherlich jetzt machen können. Mehr als 92 wird dann jetzt sicherlich auch wieder nicht drin sein. Aber wieso können wir eigentlich an der Stelle den Hype nicht weiter erhöhen? Woran liegt denn das denn jetzt eigentlich? Tja, gute Frage. Nächste Frage, woran das jetzt eigentlich liegt. Aber wir können jetzt noch ein bisschen weiter in die Grafik investieren. Solange wir jetzt natürlich noch Zeit haben. Gut, besser als nichts. Fantasy Time Online. Teil 2 ist damit fertig. Mehr Fantasy, mehr Zeit, mehr Online. Okay, in jeder Hinsicht perfekt. Und was sagt jetzt ein Meckerkopf? Oh, ab den ersten Tag ein Klassiker. Das ist gut. Das ist gut. Damit dürften wir auch bald unsere... ...zweite Million verdienen. Da bin ich mir sicher, die zweite Million dürfte da drin sein. Und das Yami-TGZ? TCG, das verkauft sich jetzt der Sack noch besser als alles andere. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Gucken wir mal auf unsere Produkten. Yami-TCG, bisher verkauft mit 28 Millionen. Fantasy Time Online, der erste Teil, hat fast die 30 Millionen Marke geknackt. Und ansonsten eigentlich ja kein weiteres Spiel. Gut, dann entwickeln wir jetzt erstmal weiter, weiter neues Spiel. Dieses Mal Abenteuer mit Dungeon. Wir haben keine weiteren neuen Punkte. Egal. Ob das Spiel jetzt eigentlich noch in diesem Quartal fertig wird, oder besser gesagt, in diesem Jahr noch fertig wird, ist eine andere Frage. Aber anscheinend funktioniert das jetzt auch wieder nicht so gut. Aber hey, wir haben unsere zweite Million. Okay, das Yami-TCG hat aber jetzt leider wirklich nicht gerade unsere... Obwohl, es hat eigentlich unsere Erwartungen gut erfüllt. Ja, eigentlich hat es unsere Erwartungen ja gut erfüllt gehabt. Es ist ein gutes Spiel geworden. Es hat jetzt wirklich einigermaßen gut Umsatz gebracht. Wir hauen zum Glück noch einigermaßen gut den Sound rein. Jetzt noch die Kreativität, obwohl... Ja, die Kreativität ist jetzt leider nicht gerade so gut gelungen. Es ist riskant, aber ich hab's versuch... Es ist riskant, aber ich hab's jetzt versucht. Kann ja aber am besten, wenn nicht alles richtig klappen. Tja, es kommt ja erst mal am besten, wenn nicht alles richtig gut klappen. Tja, 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 tja. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal versucht, das Ganze ein bisschen besser auf die Reihe zu kriegen. Aber aus dem Spiel jetzt noch einen Kassenschlager zu machen, ist jetzt nicht gerade mehr so richtig möglich. Oder besser gesagt, ist es jetzt verdammt schwierig, das Ganze noch zu machen. Aber immerhin dürfte es noch für die nächsten Game Awards fertig werden. Tja, wenigstens ist die Grafik jetzt einigermaßen gut geworden. Die Kreativität ist auf jeden Fall jetzt nicht gerade so gut geworden. Das große Problem jetzt bei diesem neuen Spiel. Okay, nennen wir uns dann einfach jetzt mal Dungeon... Dungeon im Vergleich. Tja, ist nicht ganz perfekt, aber... Tja, jetzt ist es halt für Global Game Awards. Fünf Spiele stehen zur Verfügung. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann weiß ich jetzt auch erstmal nicht. Beste Grafikdesign, geht auf jeden Fall Robot Defender. Gut, Yami TCG hat die beste Musik. Der zweite Platz, Fantasy Time Online. Zwei. Tja, der Mega-Flop Double Lizard. Und der erste Preis geht an... Immer noch nicht. Tja, es ist wirklich eigenartig. Wir erstellen beim besten Willen wirklich immer wieder ziemlich gute Top-Spiele. Aber wir schaffen es trotzdem irgendwie nicht, mal ansatzweise den ersten Platz zu erlangen. Na gut, dann müssen wir eben unsere Mitarbeiter weiter schulen. Bringt dir alles nichts? Tja, es bringt ja beim besten... Okay, Fritzi könnten wir ansonsten nochmal... Okay, entwickeln können wir sie nicht. Aber wir können auch weitere Schulungen durchführen. Besseres Programmieren. Bessere Szenarien. Besseres Programmieren. Bessere Szenarien. Bessere Szenarien. Tja, dann schulen wir jetzt erstmal all unsere Mitarbeiter bis zum Gehtnichtmehr. Bessere Szenarien. Bessere Szenarien. Bessere Szenarien. rein. Aber es muss auf jeden Fall so sein. Hm? Parameter stark erhöht. Gut, damit hätten wir jetzt die gesamte Belegschaft ein bisschen aufgelevelt. Tja, dann schicke ich euch mal alle in den Urlaub. Nur der Chef alleine und seine beiden Sekretärin sitzen jetzt hier noch. Und alle anderen sind jetzt neu ausgeruht und gut trainiert. Wieder bei der Arbeit. Bis zu diesem Punkt natürlich, wo ich die nochmal auf eine Reise schicke. Nennen wir es jetzt einfach mal das finale Investment. Ja, nennen wir das Ganze jetzt einfach mal das finale Investment. Ja, nennen wir das Ganze jetzt einfach mal mit dem Programmieren in den Vordergrund eingestellen. Aber gut, das war jetzt beim besten Willen leider nicht mehr möglich. Also, nennen wir das jetzt mal weiter das Training von Grafik und Sound von unserer Hardware-Technikerin. Okay, die Ausgaben werden dann sowieso immer noch bei knapp 300.000 liegen. Geht ja na auch noch, alles klar. Gut, bei dir. Was machen wir jetzt mit dir? Naja, der Schwachpunkt beim Großen und Ganzen ist ja immer noch der Sound. Also müssen wir den Sound noch weiter hochschrauben. Hilft ja alles nichts. Gut, und hier ist ja natürlich ja klar, die Grafik bei Schalt muss natürlich auch noch erhöht werden. Und zum Glück wurden die Parameter jetzt stark erhöht. Das hilft uns jetzt natürlich auch noch ein bisschen weiter für den nächsten Part. Tja, und Arty. Es ist immer noch wichtig, die Grafik zu erhöhen. Und natürlich den Sound. Vor allem natürlich jetzt der Sound. Gut, jetzt haben wir auch wieder all unsere Mitarbeiter geschult. Dungeon im Vergleich. Okay. Ein wichtiges Magazin hat das so geschrieben. Gut. Na gut, die Miesen kriegen wir jetzt auch wieder gut rein. So, jetzt sind erstmal alle wieder da. Ist doch wunderbar. Jetzt können wir das Ganze eigentlich jetzt nochmal kurzzeitig mal ausprobieren. Wie machen wir es jetzt am besten mal? Probieren wir das Ganze mal aus mit Crimson Samurai. Teil 2. Dann jetzt erstmal. Also gut. Machen wir es mal mit Fritzi. Ihre Werte hier sind ja sowieso bei 400. Wir testen es jetzt einfach mal kurzzeitig mal noch aus. Ob das Ganze eigentlich jetzt was gebracht hat. Tja, schauen wir doch mal, ob das Ganze jetzt was bringt. Arty, was willst du? Mehr Spaß. An der Stelle fragt man sich doch eigentlich wirklich, wozu hat man jetzt das ganze Geld für die Schulung ausgegeben? Am Ende muss ich ja doch wieder, er sagt, wieder ziemlich viel Werbung schalten, um das Ganze wieder aus dem Feuer zu holen. Okay, wer hat jetzt einigermaßen guten Grafikwert? Tja, Artemisia. Versuch dann jetzt erstmal, deinen Fehler von eben wieder gut zu machen. Ansonsten Ruhm 92, hab Hype 35. Die Sache mit dem Hype, das ist immer noch das große Problem bei der ganzen Sache hier. Denn das läuft beim besten Willen immer noch nicht sogar grandios. BAABRECK-MAUS. Was da mal gut für die Schule. B dragons hat sich ja zum Schluss, weil wir mal noch nicht viele Freunde noch mal ich, wenn wir mal planieren. Oh, ja, ich meine, Oh, ja. 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 Okay, ich hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass wir eben auch schon Bubbles eingesetzt haben. Aber gut, ansatzweise ist das Ganze jetzt okay. Tja, ansatzweise wieder okay, aber immer noch nicht so ganz in Ordnung. Tja, neun Punkte, neun Punkte, acht Punkte und nochmal neun Punkte. 35, das bringt es ja eigentlich immer noch nicht so ganz. Tja, hallo, ich spiele ständig Phantom Games Spiele. Seit ich ein Magazin von der Crimson Samurai 2 gelesen habe, kann ich es kaum noch erwarten, selbst eines zu bekommen. Ich mag RPG Spiele ganz allgemein und es hat mich wirklich gefreut, dass Samurai so ein Spiel ist. Okay. Das war schlecht. Das war jetzt einfach doch ein bisschen schlecht. Die Anfangsverkaufzahlen, die waren viel zu niedrig. Naja, wären jetzt eigentlich ja sowieso auch die Werte nicht so in den Keller gerutscht, aufgrund der dämlichen Bugs? Tja, dann wäre natürlich der Hype jetzt noch ein bisschen besser gewesen. Okay, dann versuchen wir jetzt erstmal wirklich einigermaßen gute Forschungsprojekte. Tja, und sobald wir erstmal wieder die Forschungspunkte haben. Dürfte doch alles auch wieder ein bisschen besser funktionieren. Aber Crimson Samurai 2. Die Verkäufe beim ersten Teil waren, er sagt, 12.124.000. Okay, wir haben den ersten Teil, ja, wir haben es geschafft, die Verkaufszahlen des ersten Teils zu überbieten. Aber bedauerlicherweise ist es jetzt sogar auch nicht gerade so erfolgreich gewesen, wie erwartet. Da hat man jetzt schon sehr viel Geld in die Schulung unserer Mitarbeiter gesteckt. Und trotz allem bringt es immer noch nicht so viel. Aber gut, wir haben fast die 100.000er Marke geknackt. 87.065 Besucher nun. Tja, damit sind jetzt die Verkäufe auf jeden Fall eingestellt worden, denke ich. Tja, bedauerlicherweise war das jetzt wirklich nicht gerade so erfolgreich gewesen, wie ursprünglich angenommen. Aber gut, das lag jetzt vor allem auch an den Bugs. Ansonsten können wir jetzt vielleicht, ich sag noch kurzzeitig, unsere Mitarbeiter, die es noch, wo es noch geht, weiterentwickeln. Tja, eventuell würde das, ich sag jetzt noch den nächsten Erfolg bringen. Ansonsten, kleine Verkäufe gibt es immer noch. Aber leider ist das nicht so berauschend. Also gut, dann noch ein weiterer Part, wo wir dann hoffentlich jetzt den gewünschten Erfolg erzielen können. Tja, auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Mitarbeiter noch ein bisschen entwickelt. Wir haben auf jeden Fall auch die Forschung, als besser die Schulung investiert. Aber das Ergebnis ist trotzdem noch nicht so ganz zufriedenstellend, wie man es gerne hätte. Na gut, dann müssen wir erst mal sehen, wie das Ganze im nächsten Part auf jeden Fall ablaufen wird. Auf alle Fälle weitere Entwicklungen. Oder was hätten wir jetzt eigentlich hier noch mit der Konsole? Da können wir eigentlich ja nichts besseres machen. Obwohl, wir könnten mal kurz mal sehen, was gibt es beim Handgerät? Auch, er sagt, ein 64-Bit-Chip und auch eine Blu-ray-Disc aus irgendeinem Grund. Hm, ne, das machen wir jetzt auch nicht. Aber auf alle Fälle würde ich jetzt mal sagen, der nächste Part dürfte dann jetzt aber auch wirklich, wirklich der letzte Part sein. Der letzte Versuch, irgendwie noch ein Nummer-Einspiel für die Game Awards zu kriegen. So, das soll nicht klappen. Tja, da müsste man auf jeden Fall wohl unsere Mitarbeiter noch weiter und weiter und weiter schulen. Bis dann, bis sie dann vielleicht extreme Werte haben. Aber mal abwarten. Bis dann und ciao bis dahin.